Stawermann, acht Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Mittwochmorgen, Illus Höhe, wenige Stunden nur nach dem dramatischen Pokal aus des VfL Osnabrück gegen den SC Freiburg. Wir begrüßen Trainer Daniel Scherning und fragen als erstes mal, gab es denn überhaupt eine Nacht heute? Gab es denn die Möglichkeit, nach der Nummer irgendwie runterzukommen und Schlaf zu finden? Ne, ich habe gefühlt gar nicht geschlafen. Ich glaube, es war nachher anderthalb Stunden oder so. Aber wirklich Ruhe und Erholung gab es noch nicht. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise auch eine Nachbereitung jetzt? Weil, ich sage, die Leistung war ja eigentlich sehr gut. Bitteres aus, ist es nicht vielleicht besser, direkt einen Haken dran zu machen und jetzt gar nicht irgendwie groß an die taktische Analyse zu gehen und einfach die Energieversuchung mitzunehmen? Ja, was wir jetzt nicht machen werden, ist, dass wir heute sicherlich taktisch das Ding analysieren. Sondern, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Raum für das, was gestern passiert ist, einfach für die Enttäuschung auch. Und da lassen wir die Taktik jetzt mal weg, weil ich finde, dass die Mannschaft über 120 Minuten ein überragendes Spiel abgeliefert hat. Gerade mit dem Start der zweiten Halbzeit, glaube ich, waren wir mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Und, ja, wir werden aber auch sicherlich da so ein paar Punkte rausziehen, die gut waren und auch das eine oder andere besprechen, was sicherlich nicht so gut war. Versuchen wir es mal ein bisschen durchzugehen. Freiburg, hatte ich den Eindruck, hat fast ein bisschen abwartend angefangen. Wollten die ihre Mannschaft so ein bisschen locken, weil die wussten ja, dass sie durchaus mal offensiv draufgehen. Ja, Christian Streich hat ja vor dem Spiel auch davon gesprochen, dass wir im Ballbesitz auch variabel sind, auch sehr ballsicher sind. Und ich weiß nicht, ob es damit so zu tun hatte. Wir waren schon darauf eingestellt, dass sie auf der einen Seite hoch attackieren, auf der anderen Seite uns aber dann auch mal ein bisschen tiefer erwarten. Und mich hat es jetzt nicht so überrascht, wie sie angefangen haben. Weil, wie gesagt, wir waren darauf eingestellt. Erste Halbzeit vielleicht noch ein bisschen mehr verteiltes Spiel gewesen. Freiburg hat auch eine oder andere Chance gehabt. Dann ärgerlicher Rückstand durch dieses Gegentor. Ein bisschen Querschläge von Philipp Kühn. Und es ist natürlich schon in so einem Spiel sowas passiert. Ein einfaches Gegentor, wenn man in den Rückstand geht. Ja, total unnötig. Ich glaube, wir können die Situation dann erstmal besser klären. Und Trapo ist dann trotzdem auf dem Weg hin zum Ball. Und der Ball geht dann Richtung Außenninie. Und der Ball geht dann in Richtung Außenlinie. Und jetzt ein Tor passieren darf. Auf jeden Fall nicht so, wie es jetzt letztendlich passiert ist. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr bitter, weil wir auch nicht gut im Spiel waren. Und dann gerät so 0-1 in Rückstand. Und sicherlich bis zur Halbzeit müssen wir uns dann so ein bisschen auch durchboxen. Irgendwie in die Halbzeit dann kommen. Und wie gesagt, mit Start zweiter Halbzeit fand ich, dass wir es dann viel, viel besser nochmal gemacht haben. War eigentlich ja die einzige Phase im Spiel, wo es nicht so gut lief rund um das Gegentor. Direkt danach kann ja fast sogar schon der Ausgleich fallen mit der Schoss von Haider. Und dann in der zweiten Halbzeit mit der Ostkurve, aber auch ein beeindruckender Auftritt der Mannschaft gewesen. Was ist in der Pause genau passiert? Was sind die Stelltraufen gewesen, dass es dann nochmal einen Schritt nach vorne gab? Auch ein ganz bemerkenswert. Ja, wir haben auf der einen Seite taktisch ein bisschen was verändert, weil wir zu weit auseinander waren in der ersten Halbzeit in Bezug auf zweite Bälle. Dadurch so ein bisschen Verbindung gefehlt haben. Und ich das Gefühl hatte, dass wir auch in der ersten Halbzeit so 5 Prozent nochmal gefehlt haben, um am Maximum zu spielen. Und wir haben vorher davon gesprochen, dass wir eine absolute Top-Leistung brauchen, dass wir an unsere Grenze kommen müssen über die gesamte Spielzeit. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht immer geschafft. Das ist jetzt gar kein Vorwurf in die Mannschaft, sondern finde ich einfach auch ein Fack gewesen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir diese 5 oder 7 oder 10 Prozent, jeder hat da eine andere subjektive Wahrnehmung, haben wir nochmal draufgepackt. Und man sieht dann, was möglich ist. Chancen gehabt, das alte Problem, dass das Tor erst nicht gefallen ist und dann ja doch diesen überragenden, befreienden Moment in der siebten Minute der Nachspielzeit. Was hat das ausgelöst? Wie haben Sie das erlebt? Weil davor hat man ja schon gedacht, boah, okay, jetzt haben wir gut gespielt, aber wahrscheinlich gehen wir jetzt als Verlierer vom Platz. Ja gut, du hast eigentlich ja der 5 angezeigt und dann foult der Gegner ja Flo Kleinansel auf der halblinken Seite und du weißt, okay, entweder pfeift er jetzt ab oder du kriegst den Freistoß noch und der Freistoß führt dann zur Ecke. Und ich habe dann in dem Moment auch wieder gedacht, jetzt pfeift bloß dieses scheiß Ding nicht ab. Und ja, es war uns schon klar, dass wir mit den Einwechslungen dann auch nochmal einen Tick Größe dazu gewonnen haben, dass wir einfach auch Quantität dann in dem Moment in der Box hatten. Wir haben alles, letzte Spielsituation, wir haben alles investiert, um Quantität nochmal in der Box zu haben, waren alle Spieler mit vorne. Und dass so ein Ding dann immer reingehen kann, ist ja auch klar. Und ja, dann ist das Stadion explodiert gefühlt. Wir mussten dann natürlich relativ zügig umswitchen, weil die Verlängerung dann ja auch irgendwie vor der Tür stand, wir all in gegangen sind mit den Wechseln und wir dann natürlich auch gucken mussten, dass wir uns taktisch so ein bisschen neu sortieren. Was war da genau zu machen? Das haben Sie in der Pressekonferenz ja auch schon gesagt. Klar, standen auf einmal ganz andere Spieler auf dem Platz, es war auch ausgerichtet auf dem Ausgleich. Der ist dann gefallen. Was haben Sie dann genau unternommen? Ja gut, bei der letzten Wechselfase standen wir ja vor der Entscheidung, machen wir ein oder zwei, gehen wir all in oder halten wir uns halt was offen für den Fall der Verlängerung. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt in die Nummer reinkommen, in die Verlängerung reinkommen. Und sind dann, wie gesagt, maximales Risiko gegangen auch. Und ja, in der Verlängerung ist es dann schon so gewesen, dass wir auch einen Tick tiefer agieren wollten, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass die Jungs schon am Limit waren. Und weil wir dann auch die Räume fürs Konterspiel nutzen wollten, die sich uns dann ja auch geboten haben in der Verlängerung und einfach kompakt stehen wollten und dann haben wir 4-2-1 umgestellt und haben das, glaube ich, über die gesamte Verlängerung richtig, richtig gut gemacht, bis auf die letzte Situation. Davor ja in der zweiten Halbzeit ein Sturmlauf gewesen, den Bundesligisten spielerisch auch an die Wand gedrückt. Das einfach mal zu erwähnen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann dieses Jahr fällt aus dem Konter das Tor, kann man ja sagen, Ballgewinn, schöner Pass. Und dann läuft der junge Sebastian Klaas über das ganze Feld und haut ihn rein. Auch ein sensationelles Ding gewesen, oder? Ja, absolut. Wir haben einen tiefen Ballgewinn und ich glaube, Sese will dann sogar einmal kurz abspielen, merkt dann, dass der Gegenspieler kommt und geht dann nochmal dran vorbei. Und das ist das, was ich mir von ihm wünsche, weil er hat eine unfassbare Qualität in solchen Momenten. Und in dem Moment hat er irgendwie alles in diesen Schuss auch reingepackt. Und das ist vielleicht auch das, was uns in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt hat, diese Gradlehnigkeit, diese Zielstrebigkeit, einfach auch mal draufzuschießen aus solchen Momenten, aber dann auch versucht, platziert zu schießen und nicht nur auf Gewalt, nicht nur auf Kraft zu gehen. Und ja, war ein wahnsinnig guter Moment für uns. Generell ja die Einwechselspieler gestern, zwei machen das Tor. Chance für mal Kalle auch mit einem sehr guten Auftritt, einige super Dribblings-Sachen eingeleitet. Dann fliegt er sehr unglücklich vom Platz. Wie haben Sie die Szene erlebt? Ja, ich glaube, er nimmt den Ball erstmal unter sein Trikot beim Einwurf und gibt ihn dann nochmal ab. Und ich hätte mir natürlich mehr Fingerspitzengefühl in so einer Situation vom Schiedsrichter auch erhofft. Ja, trotzdem ist es immer schmaler Grad natürlich, wenn du gelb hast. Und dann irgendwie in so einem Spiel, wo es eng ist, wo du vielleicht auch nochmal diese zwei Minuten dann in der regulären Spielzeit on top gekriegt hast, die eigentlich nicht mit eingeplant waren. Und wenn du dann zu sehr auf Zeit spielst und hast schon gelb, ja, dann ist sowas auch immer möglich. Und da können wir uns, denke ich, insgesamt wie auch beim 2-2 deutlich cleverer anstellen. Gleich in der ersten Halbzeit hat es der Schiri dann über die Zeit gemacht, muss man ja sagen. Und da hat er dann halt die persönliche Strafe genommen. Hat man da nicht im Griff, was genau passiert? Immer wieder beim Thema Fingerspitzengefühl. Letztendlich hätte ich es mir auch anders gewünscht. Und ich glaube auch, dass der Schiri einfach anders reagieren kann in so einer Situation. War dann klar nochmal eine Hypothek obendrauf. Kräfte waren leer. Dann zu zehnt. Was war los beim 2-2-2? Die hatten halt eine massive Überzahl dann auf dem zweiten Pfosten. War das dann einfach ein Kraftding oder in dem Moment Aufmerksamkeit? Ist dann halt auch Chaos in der letzten Minute auf dem Feld. Ja, gut. Ich meine, wir spielen dann auch gegen eine Bundesligamannschaft. Und dass die nochmal in so einer engen Spielphase zu einer Flanke kommt, das war uns oder ist uns ja auch allen klar gewesen, dass du nicht alles hundertprozentig dann wegverteidigen kannst. Trotzdem sind wir insgesamt vielleicht einen Tick zu tief dann. Verhindern die Flanke nicht, obwohl es auch nicht einfach ist, das muss man auch sagen, weil die Kräfte natürlich auch dann schon weg waren. Und ja, im Zentrum sind wir dann in der Unterzahl und glaube ich auch insgesamt nicht mutig genug, um das Ding zu klären. Und ja, dann kommt natürlich eins zum anderen. Freiburg hat dann viel investiert in so einen Moment rein. Hat dann auch Größe in der Box drin. Und dann auch die Qualität, so ein Tor nochmal zu erzielen. Dann ging es ins Elfmeterschießen und dann ging es auch darum, fünf Jungs zu finden, die da nochmal hingehen. Nehmen Sie uns ruhig mal mit, wie die Bestimmung der Schützen gelaufen ist. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht haben auch ein, zwei gesagt, boah, ich bin auf. Bevor ich dann irgendwie in dem Moment es einfach kraftmäßig nicht mehr hinkriege, konnte nicht zu schießen, bin ich raus. Haben Sie die bestimmt oder haben sich die Jungs selber gemeldet? Wie lief das? Also es ist natürlich ein Mix. Klar, du musst natürlich erstmal gucken, wer kann noch, wer kann jetzt nicht mehr. Haider lag irgendwie am Boden mit Krämpfen und Achillessemproblem, der Köhli hat Krämpfe gehabt. Da musst du ja dann auch mit den Spielern zusammen eine gute Entscheidung treffen. Und das haben wir versucht zu machen. Das Elfmeterschießen ist dann immer auch Hopp oder Top. Du kannst hier so viel Elfmeterschießen üben, hier an der Illeshöhe vor zwei Rentnern. Ja, das ist halt mit denen nicht zu vergleichen, was dann da nach 120 Minuten im Pokalspiel auf dich zukommt. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Ich bin auch froh, dass die Jüngeren da Verantwortung übernommen haben, dass ein Flo Kleinhanse geschossen hat und David Itter, dass auch wenn sie verschossen haben, er zeigt das ja, dass sie jetzt endlich dann auch Mut haben, in so einer Situation hinzugehen, sich das Ding zu nehmen und versuchen, das reinzuhauen. Und das hat nicht funktioniert. Die waren auch, muss man auch ehrlich gesagt sagen, nicht gut genug geschossen zum Teil. Und ja, dadurch sind wir dann letztendlich im Elfmeterschießen ausgeschieden. War ein Elfmeterschießen der Torhüter. Philipp Kühn hält ja auch zwei, was erreichen kann, dass man dann weiterkommt. Aber gegnerische Torwart hat halt drei gehalten. Danach, kurzer Moment, fast ein bisschen Stille im Stadion. Wie lief es jetzt in euren Enttäuschungen bei Ihnen auch noch jetzt gerade? Ja, ich habe diesen Moment der Stille gar nicht wahrgenommen, weil ich fand, dass das Publikum sofort applaudiert hat. Dann kam es direkt, ja. Zwei, zwei, drei Sekunden. Zwei, drei Sekunden gedauert. Aber es stimmt, kam schnell. Ja, ich meine, ist doch klar, wir sind alle brutal enttäuscht. Also wir haben einen Riesenfight abgeliefert, haben genau das gemacht, was wir machen wollten, was wir machen mussten auch, um den Gegner irgendwie am Rand an den Niederlage zu bekommen. Das haben wir geschafft und dann aber so kurz vorher nach so einer Dramatik in dem Spiel dann als Verlierer vom Platz zu gehen, ist ein brutales Gefühl. Jeder, der es mal erlebt hat, der weiß, wie wir uns alle gefühlt haben. Und es tut mir leid für alle, die im Stadion waren, die alles gegeben haben, die alles rausgehauen haben, die Mannschaft brutal gut unterstützt haben und natürlich auch für die Jungs, weil sie einfach ihr Herz auch auf den Platz gelassen haben. Alle, die wir gestern noch getroffen haben vor dem Stadion, Zuschauer oder wenn man auch mal so ein bisschen die Ferien vorhanden liest, eigentlich sind alle, haben sich bedankt für einen entragenden Fußballabend. Also da ist jetzt echt auch Begeisterung über den Auftritt da. Haben Sie es auch so erlebt, dass das nochmal eine Steigerung war an der Bremerbrücke, auch von den Rängen her im Vergleich zu den Spielen davor? Ja, natürlich, weil es auch mehr Zuschauer waren, das muss man auch sagen, 2000 oder 2500 mehr, die machen dann schon nochmal was aus. Und wie gesagt, es war eine unfassbare Stimmung, die Zuschauer haben uns gerade in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung getragen. Und umso bitterer ist es, dass wir nicht noch so ein Spiel erleben dürfen, obwohl wir es, glaube ich, verdient gehabt hätten. Jetzt gilt es irgendwie, das Ganze so auf die Liga zu transportieren, dass man halt die positiven Sachen mitnimmt, aber gleichzeitig auch die Enttäuschung abschüttelt. Jetzt könnte man natürlich es sich einfacher machen und sagen, okay, super Leistung, das muss eigentlich der Maßstab für die Liga sein. Dann gewinnt man in der dritten Liga wahrscheinlich die allermeisten Spiele oder zumindest viel, viel mehr, als dass man halt nicht gewinnt. Ist es so einfach? Ja gut, wenn Fußball so einfach wäre, ich glaube, dann bräuchten die Mannschaften keine Trainer mehr. So einfach ist es natürlich nicht. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du jedes Mal in der Art und Weise spielst. Jedes Spiel ist anders, jedes Spiel hat irgendwie seine eigene Geschichte. Fakt ist aber auch, dass wir natürlich gesehen haben, was möglich ist, dass wir eine brutal gute Mannschaftsleistung auch gestern wieder gezeigt haben, dass wir wieder mal alles investiert haben, um ein Spiel zu gewinnen. Und wir haben viele, viele positive, viele gute Dinge gesehen auf dem Platz. Ich glaube, jeder, der im Stadion war, konnte sich mit dem, was dort unten passiert ist, absolut identifizieren. Und das sind Dinge, die wir in die Liga transportieren müssen. In dem Wissen, dass auch am Montag schon das Spiel ein ganz anderes wird und dass man jetzt auch nicht reingehen darf in das Spiel und sagt, okay, jetzt kopieren wir mal die Leistung, Copy and Paste und Abfahrt und wir ziehen das Ding. So einfach ist es dann schon nicht. Letzte Frage, soweit man jetzt schon nach vorne gucken kann, ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen früh, aber gibt es Verletzungsprojekte, irgendwelche Nachwirkungen von dieser epische Schlacht, ist ein großes Wort, aber das war es tatsächlich gestern. Und was wird wichtig sein gegen den STV? Jetzt müssen wir erst mal gucken heute hier, wie die Situation sich darstellt. Da müssen wir schauen, Haida hat ein bisschen Probleme an der Achillessehne, Ropoku im Sprunggelenk. Da wird sich jetzt heute und morgen sicherlich herausstellen, was es genau ist und wie lange es dann dauern wird. Wir müssen auch mal schauen, wie es bei den Jungs aussieht, die gestern 120 gegangen sind. Aber Fakt ist erst mal, dass wir bis Montag auch einen Tag oder zwei länger haben, dass wir fast eine normale Woche haben, dementsprechend heute regenerieren und morgen kriegen die Jungs auch einen Tag frei, um das Ganze zu verarbeiten. Und dann geht es am Freitag los mit dem, was uns am Montag erwartet. Und es ist ein Spiel, was wir gewinnen wollen, gar keine Frage. Der Gegner aber auch. Und wir brauchen einfach auch da wieder eine richtig gute Leistung. Wir spielen hier um die Ecke. Ich hoffe, dass nach gestern nochmal 500 oder 600 mehr kommen, uns dort unterstützen, weil diese Verbindung gestern zwischen Fans und der Mannschaft war überragend. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und vielen Dank, gerade für die Frühwurzzeit auch. Danke, ciao.